Hallo, mein Name ist Markus. Willkommen auf dem Kanal HODLCORE. Wer hat sich denn da auf Platz 2 geschlichen? Und zwar ist es, du kannst es hier schon sehen, Ripples Token XRP. Und zwar hat es den Allzeit-Favoriten Ethereum vom Platz 2 verdrängt. Und das in einem Bärenmarkt. Wie kann das denn überhaupt sein? Und wird dieser Trend eventuell in 2019 noch deutlicher? Wenn dich dieses Thema interessiert, du vielleicht sogar XRP hältst, dann bleibe dran, es wird wieder spannend. Die Geschichte von Ripple bzw. XRP ist ja ziemlich gespalten. Die einen sagen, es ist ein sehr zentraler oder ein sehr zentrales Produkt, welches für die traditionellen Banken entworfen ist. Und deswegen eigentlich nicht im Sinne von Satoshi Nakamoto ist, der eben das White Paper zum Bitcoin geschrieben hat. Und vor allen Dingen hat XRP im Netzwerk von Ripple eigentlich gar keinen Nutzen. Nun ja, das letzte Quartal in diesem Jahr, also das letzte Quartal 2018, hat das Ganze so ein bisschen relativiert. Und seitdem ist Ripple eigentlich nicht mehr aufzuhalten, was jetzt dazu geführt hat, dass sich XRP über Ethereum befindet und das schon seit geraumer Zeit und anscheinend den Platz 2 nicht mehr abgeben möchte, bzw. Ethereum aufgrund der ICO-Lage relativ schwierig dasteht. Nun ja, XRP ist eben das Produkt von Ripple. Nicht verwechseln, Ripple ist das Unternehmen, XRP ist das Produkt, was im Netzwerk eingesetzt wird. Wir sehen es hier, eine Marktkapitalisierung aktuell von ungefähr 14 Milliarden, während Ethereum nur 12 Milliarden hat. Also es ist schon eine deutliche Steigerung zu sehen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, ich habe ja eben davon gesprochen, dass das letzte Quartal von Ripple relativ gut war. Wir sehen es hier, relativ lange, wir haben jetzt hier ungefähr einen Chart vom letzten Quartal, Pi mal Daumen. Wir sehen es hier, das ganze Jahr über ist es so ungefähr bei, ja, im Tiefstand hier ungefähr bei 25 US-Dollar-Cent rumgedümpelt, bis dann eben hier der Ausbruch nach oben kam und wir 100% Steigerung hatten. Ja, was ist passiert? XRP hat eine, oder Ripple hat eine Ankündigung gemacht, fast wäre es mir auch passiert, XRP hat eine Ankündigung gemacht, dass sie ein neues Produkt auf den Markt bringen werden. Damals auch, ich habe darüber berichtet und natürlich steigt hier auf jeden Fall der Preis. Wie wir jetzt in der Retrospektive sehen, ist er auch relativ konstant geblieben und nicht ein Pump and Dump zum Opfer gefallen. Also sprich, der Preis ist in der Zeit eben so auf die ungefähr 45 bis 50 US-Dollar-Cent hat sich eingependelt und ist nicht wieder runtergefallen auf die 25. Das Produkt, um das es damals ging, war XRapid, was einen sehr, sehr großen Nutzen für das Netzwerk von Ripple hat. Und zwar soll es die Kosten reduzieren für Unternehmen bzw. für Payment Provider. Und vor allen Dingen zum allerersten Mal, du siehst es hier unten, wird tatsächlich XRP benötigt bzw. ist in diesem Prozess mit eingebunden. Denn anders als jetzt zum Beispiel bei XCurrent, was eigentlich nur so die Basis bildet von Ripple, sprich Geldinstitute können grenzübergreifend in Millisekunden Transaktionen tätigen, was ja eigentlich für Geldinstitute der Schlüssel ist. Also Banken leben ja davon, schnellstmöglich eben Transaktionen, das heißt Geld von A nach B zu verschieben. So und XRapid ist jetzt das Produkt gewesen, was gerade, wir sehen es hier glaube ich auch hier in Merchant Markets, das heißt in Entwicklungsländern ist es oftmals der Fall, wenn Kunden einen Account eröffnen wollen, müssen diese Accounts eben mit lokaler Währung vorher vorfinanziert werden. Und das kostet eben Geld. Um diese Kosten eben zu reduzieren und eben die Setup Time, also die Integrationszeit zu reduzieren, gibt es jetzt XRapid. Und hier kommt nämlich dann eben Ripple ins Spiel und die Werbung dann XRP, die das Ganze eben abwickelt. Das hat damals diesen sagenhaften Sprung von ungefähr 100% ausgelöst und diese Position gibt Ripple seitdem nicht mehr her. Und wir sehen jetzt hier Ende November nochmal diesen kleinen Anstieg, weil nämlich XCurrent in einer neuen Version veröffentlicht wird, in der Version 4.0 nämlich. Und zwar ist hier, deswegen haben wir es eben besprochen, XRapid integriert. Das heißt, es ist noch einfacher für Unternehmen wie American Express oder die Santander Bank, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eben XRapid zu integrieren. Jetzt kommt der kleine Haken. Hier haben wir Ovidio Cordero. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe es hier auch schon mal markiert. Ich kann es auch gerne nochmal ein bisschen größer machen. Und zwar arbeitet er bei der Bank Santander. Und er hat gesagt, dass eben sein oder das Geldinstitut, bei dem er arbeitet, noch nicht eben XRapid integriert hat oder auch nicht benötigt für seine Kunden, um eben alle Bequemlichkeiten bieten zu können. Nichtsdestotrotz sagt der CEO von Ripple, Brad Gerlinghaus, dass er der Meinung ist, dass Ende 2019 tausende von Banken eben XCurrent und XRapid damit integriert haben werden. Ende 2019 klingt auch relativ plausibel, Denn wenn man sich einfach mal so umhört, wird wahrscheinlich der Bärenmarkt mit ein paar Spitzen natürlich noch mehrere Wochen beziehungsweise vielleicht sogar Monate anhalten. Der nächste Lichtblick, nämlich der für das Kulto-Ökosystem wäre der 24. Januar. BACT ist nämlich dort auf diesen Termin verschoben worden. BACT bietet ja Futures an, auf Bitcoin-Basis, die dann tatsächlich auch vorhanden sein müssen. So, und generell kann man natürlich sagen, wir haben ja hier, wenn wir jetzt mal nochmal auf den Bitcoin gehen, also keine Angst, das wird keine Chart-Analyse, aber wir haben hier das Jahr, Wir sehen hier von ungefähr 19.000 runter auf 4.000. Wenn Kryptowährungen als solches einen so, so starken Bärenmarkt, einen echten Crash erlebt haben, welches Unternehmen profitiert also davon im Krypto-Ökosystem, wenn traditionelle, in Anführungsstrichen, Kryptowährungen versagen, natürlich das Unternehmen, das traditionelle Geldinstitute unterstützt. Auch das ist ein weiterer Grund oder eine Möglichkeit, warum eben XRP beziehungsweise das Unternehmen Ripple Ethereum vom Thron, beziehungsweise vom zweiten Platz verdrängt hat und bei anhaltendem Bärenmarkt wahrscheinlich auch noch diese Position in der Zukunft ausbauen wird. Wenn dir dieses kurze Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da, nur so erkennen die Videoplattformen, dass es sich um ein relevantes Video handelt und dass es mehr Leute sehen sollten. Was hältst du von Ripple und von XRP? Schreib es doch einfach mal in die Kommentare. Ist es für dich einfach nur der Coin der Banken und damit vernachlässigbar und du sagst, Ethereum hat eigentlich den zweiten Platz verdient oder sagst du, nein, wir brauchen Bitcoin und Ethereum ohnehin nicht. Irgendwann mal wird XRP beides ablösen und alle Funktionalitäten wie Smart Contracts oder eben Bezahlsysteme ohnehin übernehmen. Schreib es mir einfach in die Kommentare. Falls du noch weitere Videos von mir sehen möchtest, dann lass doch am besten ein Abo da. Nur so wirst du kein Video mehr verpassen. Es kommen noch viele Videos zum Themen eben von Ripple, Elektronium von Security Token Offerings und eben aktuelle News im Krypto-Ökosystem. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!